Haben Sie im letzten Monat ins Handelsblatt geschaut? Da gibt es einen spannenden Artikel. Steuern sparen. Das sind die Steuersparmodelle der reichsten Familien Deutschlands. Und das Handelsblatt hat recherchiert, insbesondere bei einer Kanzlei, nämlich bei unserer Kanzlei, und fünf Gestaltungsmodelle herausgepickt und diese fünf Gestaltungsmodelle einmal dargestellt, ja, wie insbesondere Millionäre und Milliardäre in Deutschland die Steuerzahllast erheblich reduzieren. Und wir schauen uns heute diese fünf Steuersparmodelle gemeinsam einmal an. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christoph Juhn, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und natürlich beraten wir nicht nur Kapitalgesellschaften, sondern auch die Anteilseigner dahinter und auch teilweise sehr vermögende Privatpersonen. Wenn Sie nun auch in einer Vermögensliga sind, wo Sie ernsthafte Probleme mit der Steuer haben, und das fängt ja auch schon bei 200.000, 300.000 Euro Gewinn an, ja, dann helfen wir Ihnen natürlich gerne, weil die Modelle, die ich nun hier vortrage, das sind die Modelle, die wir in der Praxis auch regelmäßig beraten. Meine Kontaktdaten, die blende ich nun hier ein. Rufen Sie doch gerne einmal durch. Meine Mitarbeiter erklären Ihnen dann gerne, wie wir da weiterverfahren und machen einen Beratungstermin aus. So, und jetzt gibt es diesen Artikel im Handelsblatt. Steuern sparen und das sind die Steuermodelle der reichsten Familien in Deutschland. In Deutschland besitzen sie Top 5% über die Hälfte des Vermögens. Sie zahlen teilweise überraschend wenig Steuern mithilfe ausgeklügelter Strategien. Ja, das ist in der Tat so und solche Modelle, die kommen natürlich von namenhaften Kanzleien. Und was sind das für Modelle? Wir gehen einmal einzeln durch. Das erste Modell ist ein ausländischer Wohnsitz oder ein ausländischer Firmensitz. Das Handelsblatt hat dazu ausgeführt, dass zum Beispiel eine Familie, einen reichsten Familienursprung in Deutschland, 32 Milliarden Vermögen hat und die sind ausgewandert nach Österreich. Warum haben die ihren privaten Lebensmittelpunkt nach Österreich verlegt? Und ja, bevor ich den Artikel weitergelesen habe, war es natürlich auch mir klar, das machen die aus zwei, drei Gründen. Der erste Grund in Österreich gibt es Stand jetzt keine Erbschaftssteuer. Stellen Sie sich vor, Sie haben 32 Milliarden Vermögen. Sie würden das in Deutschland Ihrem Kind oder Ihrem Enkelkind übertragen. Dann haben wir irgendwie 400.000 Freibetrag und bei Enkelkindern 200.000. Das bringt ja gar nichts bei 32 Milliarden. Und Sie müssten dann 30 Prozent Erbschaft oder 30 Prozent Schenkungssteuer zahlen. Dann bleibt halt von 32 Milliarden auch nur noch 20 Milliarden übrig. Das tut weh. Und deswegen ziehen solche Familien häufig ins Ausland und zwar in Länder, in denen es keine Erbschaftssteuer gibt. Österreich, das hängt auch immer ein bisschen von der Regierung ab. Die sind natürlich immer in Diskussion, wieder eine Erbschaftssteuer einzuführen. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Erbschaftssteuer in Österreich. Den Link zu dem Video, den verlinke ich Ihnen einmal hier oben. Außerdem hat natürlich Österreich keine Vermögensteuer. Wenn die in Deutschland eingeführt wird, würde sie 32 Milliarden erheblich aufzehren. Ja, in Deutschland, aber in Österreich gibt es die nicht. Und ja, Österreich hat natürlich schöne Möglichkeiten für private Holdinggesellschaften, internationale Gewinnverlustverrechnungen vorzunehmen. Solche Organschaften gibt es in Deutschland auch, aber da kann ich nur Gewinne und Verluste von deutschen Gesellschaften verrechnen. In Österreich geht das sogar über die Grenze hinweg, dass ist die österreichische Gruppenbesteuerung ein spannendes Modell. Für diejenigen von Ihnen, die sich für österreichisches Steuerrecht interessiert, habe ich bereits mit einem österreichischen Steuerberater ein Video dazu gemacht. Und wir sind einmal durch das komplette Steuerrecht in Österreich durchgegangen. Und das zweite Steuersparmodell ist laut Handelsblatt in der Tat Holdinggesellschaften als Spardose. Da schreibt das Handelsblatt wörtlich, dass die Firmenbeteiligungen in einer Holding liegen, hat ebenfalls Steuervorteile. Die Kölner Kanzlei Jun, die auf Unternehmenssteuerrecht spezialisiert ist, erklärt auf ihrer Webseite, wenn eine in Anführungsstrichen erfolgreich wirtschaftende operative GmbH Gewinne abführt, können sie diese anstatt die Gewinne an eine Natürlichperson, also auf die privaten Girokonten der Gesellschaft auszuzahlen, an eine Holding GmbH weiterleiten. So fungiert die Muttergesellschaft als Zwischenspeicher für den von der operativen Tochter GmbH erwirtschafteten Gewinn. Ja, richtig. So schreiben wir das in unserer Webseite. So funktioniert das. Die Kanzlei bezeichnet das als Spardose. Ja, richtig. Das Ergebnis, somit sind, und das ist wieder ein Zitat von unserer Webseite, somit sind die Gesellschafter der Holdinggesellschaft in der Lage, die Höhe der Gewinnausschüttung so zu optimieren, dass sie nur geringe Steuern zu zahlen brauchen. Dazu nutzen sie die Möglichkeiten, sich über einen Geschäftsführergehalt einen Teil des Gewinns steueroptimiert von der Holding auszuzahlen. Zudem zeigt sich weitere Steuervorteile an der Holdinggesellschaft, zum Beispiel im Unternehmensverkauf, sowie bei der Vermietung von Betriebsimmobilien. Richtig. Das Video zum Geschäftsführergehalt verlinke ich Ihnen auch hier oben. Ja, und ja, ein, zwei Videos zum Thema Holdinggesellschaften. Und die dazugehörigen Blogbeiträge, die verlinken wir Ihnen in der Videobeschreibung. Und natürlich verlinken wir Ihnen in der Videobeschreibung auch den Link zu diesem Handelsblattbeitrag, damit Sie das einmal in Ruhe nachlesen können. Das dritte Modell betrifft dann die Thesaurierung von Gewinnen. Und da kommt das Beispiel Susanne Glatt, die Erbin von BMW. Und da wird wiedergegeben, dass Susanne Glatt 25 Milliarden Vermögen hat in Firmenbeteiligung natürlich. Und ja, im letzten Jahr 236 Millionen Dividende hat. Und hätte sie diese 236 Millionen Dividende an sich privat ausgezahlt, natürlich müsste sie dann 25 Prozent Kapitalertragssteuer zahlen, plus Soli, plus Kirchensteuer und so weiter und so fort. Das kostet natürlich 25 Prozent auf 236 Millionen, ungefähr 60 Millionen Euro Steuern. Natürlich, davon ist auszugehen, dass jede Privatperson in der Vermögensliege eine Holding hat. Ich schütte die Gewinne an einer Holding-Auszahl, dann nur 1,5 Prozent Steuern, ja. Und thesauriere die Gewinne in der Holding. Das führt das Handelsblatt hier als drittes Modell aus, auch sehr spannend. Wir gehen weiter, wir nehmen das vierte Modell. Firmensitz mit niedriger Gewerbesteuer. Oder, ja, hier beschreibt das Handelsblatt, dass viele Beteiligungsgesellschaften, also viele Holding-Gesellschaften, häufig in einer Gemeinde sind mit einem niedrigen Gewerbesteuerhebesatz. Hier wird ausgeführt, ein Unternehmer, der seine Holding nicht in München hat, sondern vor den Toren von München hat, sondern nämlich in Grünwald. Und in Grünwald ist der Hebesatz nur 240 Prozent, was zu einer Gewerbesteuer nicht von 15 Prozent, sondern nur von 9,2 Prozent führt. Und damit habe ich natürlich wieder ein Drittel Gewerbesteuer gespart. Und jetzt sagt das Handelsblatt, naja, die Dividenden unterliegen dann keiner Besteuerung von 1,5 Prozent, also 0,75 für die Gewerbesteuer und 0,75 für die Körperschaftsteuer, sondern dann kann man ja auf die 0,75 bei der Gewerbesteuer nochmal ein Drittel sparen, sodass ich nicht 0,75, sondern nur 0,5 bei der Gewerbesteuer habe. Ja, das geht. Aber so würden wir das in der Kanzlei in der Praxis nicht machen. Wir verlegen die operative Gesellschaft dahin, wenn das geht, mit den Mitarbeitern. Oder wir verlegen die Lizenz- und Patentgesellschaft nach Grünwald. Dann bleibt die operative Unternehmung, bleibt in München, bester Lage, muss aber Lizenzgebühren zahlen nach Grünwald in eine separate Tochtergesellschaft, die dann dort nur 9,2 Prozent Gewerbesteuer zahlt. Und wie das funktioniert mit der Gewerbesteuer, habe ich auch ein Video gemacht, das verlege ich Ihnen auch hier oben in der Ecke einmal. Ja, und dann gibt es noch ein total spannendes, fünftes Modell, Family Office mit Volksbank-Lizenz, richtig. Millionäre und Milliardäre haben ein Family Office. Also ich weiß nicht, wie Sie das managen, aber wenn Sie mal 5 Milliarden auf dem Konto haben, dann sind Ihre Kinder auch daran beteiligt und die Enkelkinder, weil das wird ja von Generation zu Generation verteilt. Aus einem werden zwei, aus zwei werden vier, aus vier werden acht, aus acht werden 16 Familienmitglieder. Und wenn man dann über mehrere Generationen daran beteiligt ist, haben Sie schnell 25, 30, 25 Familienmitglieder beteiligt, die alle am Unternehmen beteiligt sind und an den Gewinnen partizipieren. Die Gewinne leitet man dann in ein Family Office, da gibt es auch Mitarbeiter und ein Management, die koordinieren alles. Also ein Kind, was dann 18 Jahre alt ist und mal fürs Wochenende nach New York will, das bucht sich den Flug ja nicht selbst. Die haben dann einen Ansprechpartner im Family Office, rufen kurz an und sagen, ich will nach New York am Wochenende, bitte organisiert alles. Und dann wird das organisiert und wird dann in dem Family Office auf dem entsprechenden Verrechnungskonto, Guthabenkonto verbucht von diesem Familienmitglied und die dazugehörige Zeit des Mitarbeiters, des Managers natürlich entsprechend mit einem Stundensatz dort verrechnet. Ja, und damit hat das Kind nichts zu tun, ist eh genug Geld da. Und dann wollen die neue Wohnung zum Studieren in München haben, dann wird das auch alles gemanagt und da werden Vorschläge gemacht. Das ist Family Office. Und natürlich werden die Gewinne, die dann da drin bleiben, auch wieder angelegt durch die dortigen Anlageberater und durch die dortigen Manager. Und das ist eigentlich schlimm oder schädlich, weil wenn das Vermögen irgendwann vererbt wird, also Aktienanleihen oder Aktienanteile, dann ist das Vollerbschaft- und Schenkungssteuerpflichtig. Weil es nicht operatives Vermögen ist, es ist Verwaltungsvermögen. Und wenn Sie es jetzt schaffen, dass das Family Office eine Banklizenz bekommt, dann sind das ja Aktien bei einer offiziellen Bank, wo vielleicht auch noch fremde Dritte ihr Geld anlegen können im kleinen Umfang. Und bei Banken sind natürlich Anteile an Tochtergesellschaften, an der Telekom, an der Siemens AG und so weiter und so fort nicht Verwaltungsvermögen, sondern operatives Vermögen. Und wenn Sie das hinbekommen, eine Bank aus Ihrem Family Office zu machen, ist das operatives, produktives Firmenbeteiligungen, oder sind Firmenbeteiligungen Unternehmensvermögen und damit bei der Erbschaftsteuer zu 100% begünstigt. Und so können Sie die 32 Milliarden auf die nächste Generation übertragen im Rahmen des Family Office. Auch ein cooles Modell. Das waren die 5 Modelle vom Handelsblatt, wie die Millionäre und Milliardäre in Deutschland Steuern sparen. Wenn Sie nun auch Millionär oder Milliardär sind und Themen haben, die ich gerade aufgezählt habe, das sind in der Tat 5 Modelle, bei denen wir sehr gerne beraten. Ich blende Ihnen hier nun einmal unsere Kontaktdaten ein. Wenn Sie Fragen haben, Modelle mit uns umsetzen wollen, die geprüft haben wollen, natürlich stehen wir da in der gesamten Kanzlei Ihnen dafür sehr gerne zur Verfügung an bei. Unsere Kontaktdaten rufen Sie gerne einmal an. Unsere Mitarbeiter beraten Sie da gerne.